Da sind wir wieder. So, Runde 2 im anderen Team. Erst sehen wir uns und sich darüber aufregen, wie schlecht wir das zusammengestellt haben. Da! So steht das gar nicht. Das ist eigentlich immer ein Counter gegen sowas. Und wir haben ja nur irgendwie 16 Pokémon, aus denen wir auswählen können. Also... Was? Ihr müsst ihr denn immer noch stören? Na gut, vielleicht sollten wir life senden, wie du gegen mich verlierst. Plum. Yay, elf FPS. Immer noch. Huch, Stahl ist jetzt. Okay. Oh, dieser Randomizer-Effekt. Na ja, dann tauschen wir halt nach Tara aus. Kein Problem. Ja. Wir könnten mit Capoeira auch gegen Stahl aus vorgehen, aber ich glaube, Inikoro ist echt nerviger. Ja. Wenn so macht Stahl aus, ähm, Groundshaking, eh kein Schaden mehr. Dreifach auf, Inikoro. Okay. Wenn's den mal trifft, bevor irgendwas passiert. Ja, ist recht langsam. Oder? Ne, doch gar nicht so. Warum hast du so ne dämliche Verteidigung? Aber, kommt der Dressen auch. Nice. Ja. Ja. Das hab ich... ...ir vermeiden wollen. Egal. Dadurch, die nicht ein Held. Weil ich irgendwie der Zuversicht bin, dass Capoeira das überlebt. Ja. So, was haben wir als nächstes? Vielleicht sollten wir Stahl aus einfach Genie aus nennen. Jetzt haben wir Banette, okay. Gut, dann kannst du jetzt... Ja, wir haben Stahl aus, ne? Ja, klar. Es ist die Frage, gehst du mit Capoeira das dreifach Klick auf Stahl aus, um das erstmal wertlos zu werden? Oder tauschst du aus, um in der nächsten Runde Banette loszuwerden? Ich glaube, ich höre jetzt erstmal Stahl aus raus. Okay. Wow. Armselig. Dieses Kamerageschüttel. Und vor allem, war das sehr effektiv, ne? Diese Dreitreffer. So, mit dem Farberwasser. Komm schon. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ich spuche Kugel. Nein. So. Wo waren wir? Die andere Nachthara? Nachthara. Ja, Nachth-Nachth-Nachthara, ja. Nachthara war das. Mhm. In der Hoffnung, dass die Flinkklaue immer wirklich einsetzt. Damit bis auf Banette, wenn Nachthara das überlebt. Sollte es aber. In der Theorie. Boah, boah. Passt. Klubstrahl weiterhin auf Stahlus. So, und jetzt warst du das Biss? Ja, Biss. So, flippen. Warte, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Wieso? Wird mir gleich sehen. Habe ich gut gedacht oder habe ich wieder totalen Müll gebaut? Weil ich nämlich da auf bin. Wird wir sehen. Wird mir sehen, wird mir sehen. Wird mir sehen. Nice. Liebe. Ah. Gut. Jetzt bin ich effektiv, aber schwach. Damit wäre in der nächsten Runde Banette raus. Ähm. Tausch mal Montags aus. Brauchst das gerade eh nicht. Okay. Bist du auch das Dings los. Äh, schneck mal. Okay. Auf Level 32. Ja, muss reichen. Das hat Flammenwurf. Und nochmal ein Spurball. Oh. Oh. Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass Banette ein Spukball auf Montags startet, aber okay. Dann. Packen wir doch Montags wieder rein. Gut. Ne, warte. Nein, 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 nein. Das ist zu spät. Ich habe doch mal gesagt. Ja, das ist zu spät. Er hat schon einen Quick gehabt. Das war bei mir noch nicht angekommen. Wie heißt, liefern wir mehr oder weniger am Montags einen, ähm, Gigasorger oder sowas. Aber das macht ja eh kaum Schaden, also passt doch schon. Das mysteriöse Pokémon. Mysteriösen Augen. Mhm. Mysteriösen Sporen. Fritz-Fratzeln. Fritzeln. Also Montags nochmal austauschen, oder? Ja, ja, Montags gegen, gegen Dings, ja. Genau. Gana und so. Tja. Noch Tara gegen Ampharos und dann irgendwie hoffen, dass du, ähm, die Kuhne paralysiert kriegst für die Zeit. Hoffen wir sein. Mach ich auch. So. Hups. Ja? Okay. Achso, okay. Das ist das Ding. Du kannst doch, du kannst doch versuchen, das zu verlangsamen, vorherst. Dann greifst du wenigstens vor ihm an. Boah. Das wäre dann Baumwollsal anstattet, Dings, aber. Naja. Na, wer wird abgesaugt? Tja, na. Boah, macht das Schaden. Naja, Konfusion, ne? Jetzt auf Giflor oder auf Sykwil? Auf Giflor. Giflor, okay. Das macht immerhin vierfach Schaden. Okay, und? Wir sagten, also entweder du versuchst eben Donnerwelle, um das zu paralysieren, oder Baumwollsalen, um es zu verlangsamen, damit du in der nächsten Runde zuerst angreifst. Ja, das mach ich auch. Wenn's das denn überlebt. Das war jetzt irgendwie blöd, weil damit haben wir Giflor weiterhin im Spiel. So. Was da? Joa, das ist eh unwichtig. Auch noch Teure rauskommen. Jetzt würde ich wirklich einfach vielleicht auch mal ein paar Tränke verwenden, um es zuerst. Ja, genau. Ihr kriegt diesen weißen Schnorpel in die Nase. Was? So. Ja, genau. Nein, ich brauch mein Items. Ich weiß nicht, ob du dir jetzt schon einen Trank verwenden solltest. Noch nicht? Okay. Du hast gar keinen Trank. Hab ich nicht. Oder doch, schau mal nach. TMs, Beeren. Items. Ach, das geht noch nach oben, oder? Nehmen wir noch zwei Items. Komm mal hoch. Ah, okay. Ach, ich muss sagen. Du hast trotzdem nur normale Tränke. Der kann doch jetzt schon einsetzen, wenn du wirst. Schon schon. Oder du kannst jetzt wirklich mal Schaden raushauen, vielleicht. Aber erstmal, erstmal einfach rausheilen, das ist wichtiger. Gut, dann einfach raus. Und jetzt Schaden austeilen. Ich habe gerade wieder ein Zeichen dieser unglaublichen Redundanz bemerkt. Weil? Paralyse war langsam die Gegner automatisch. Ah. Aber doch nicht so stark wie Baumwollsaat, nehme ich an. Doch, ähnlich stark. Ah, okay. Obwohl, ich weiß nicht. Oder Baumwollstark. Baumwollstark, genau. Baumwollsaat macht das sogar stark. Das ist dann wieder das andere was. Was? Ja, das ist, ähm, egal. Okay. So, Giflo raus. Am ehesten. Mit Biss? Das ist die einzige Attacke, die wirklich Schaden macht. Ach, hier. Okay. Dann eben. Dann halt jetzt auf Rückmutter. Pff, ja. Macht eh kaum Schaden, also. Ja, hau rein. Ja, auf Giflo geht halt nicht. Ach, ich, das war ja verliebt. Bäh. Ach, nebenbei. Weißt du eigentlich, warum ich unbedingt Giflo aus dem Spiel haben wollte? Ja. Okay. Und auch macht gut Schaden, ja. Dein Amphoros hat auch ein bisschen mehr drauf als meins. Gehabt. Eben. Ich glaube, du hast Beleber. Nur wie ich den benutze, ist die Frage. Verstand auch wieder. Ja, meintags. Rätseliweil. Hit. Oh Mann. Nein, ich bin nicht verzweifelt. Überhaupt nicht. Die Kuhne könntest du totkriegen, aber Giflo wird damit schwer. Bis? Die Kuhne könnte dir totkriegen, so wie du das jetzt machst, aber Giflo wird schwer. Wie gesagt. Naja. Von Flügelstark. Flügelstark, genau. Flügelstark nehme ich an. Oder vielleicht sogar... Ne, ich weiß nicht. Das könntest du auf die Giflo setzen. Flügelstark, Giflo, okay. Weil das immer eine Flugattacke ist. Ich darf, liebe. Sicher, sogar kann man auch nur fünfmal einsetzen. Danach muss es was anderes machen. Ah, okay. Wenn sich die Gegner in dem Spiel auch an AP-Werten orientieren, was ich nie sagen kann. Ne, das stelle ich nicht weiter. So, Kryptoschlag. Was geht jetzt kaputt? Gar nichts, okay. So, komm, weiß rein. Ja, okay. Sonsten wieder vielleicht ist das Giflo eine recht hohe Priorität eigentlich, gerade zum Sterben. So wenig Schaden, wow. Ja, gut, klar. Wäre jetzt das fünfte Mal gewesen. Theoretisch. Ich glaube, das wäre das fünfte Mal jetzt gewesen, ne? Gigasorger. Wirklich, ja. Mist, ja. Habe ich noch einen Superball? Ich glaube, du hast sogar noch einen Hyperball da. Ja. Superball, tatsächlich. Einfach mal so, weil es ja geht. Oder soll ich dann erst den Zug von Montagsöl verwenden? Kein Fall. Weil ihr Agiflo noch totkriegt willst, oder? Okay. Oder willst du nach Terra erstmal heilen? Egal, es überlebt eh keinen Schlag mehr. Egal, was du tust. Stimmt, ja. Dann hättest du vielleicht Montagsparalyse heilen sollen, aber naja. Egal, auf fün, auf fün, auf fün, auf fün. Okay. Gut, so wieder zu. Congratulations, you just didn't not, didn't not catch nuts, no Pokemon. Das war so schön viel negativ. Und das beweist, dass AP-Werte nur für mich gelten. Moment. Ich hab so diesen Verdacht, dass... Ähm... Ich hab hier nebenbei, ist auch so ein bisschen offen, also nicht wundern, Leute. So. So. Ich hab wirklich... doch, ich hab einen Hübertrank. Mehrere sogar. Das wäre vielleicht sogar praktisch, ihn jetzt auf Montagszudrücken, ja. Ist jetzt zwar riesige Verschwendung gewesen, aber gut, was soll's. So ja, okay. Generation 2 bis 4, in der 2. und 3. Generation hat hier Atacke 5 AP. Vielleicht hab ich wirklich nur viermal... Vielleicht hab ich wirklich nur viermal eingesetzt, kann ja sein. Das werden wir ja sehen. So, wer stirbt zuerst? Soll ich jetzt schon heilen? Okay, dass er dann sowas wie so'n AP-Top drauf hat. Äh, nein, noch nicht. Du könntest vielleicht die Paralyse heilen versuchen. So. 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 Und so. 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 Das war jetzt aber auch. Jetzt kommt's. Das geheime sechste Pokémon. Mewtwo. Garantiert. So. 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 ... als Venus. Shakira will ich's dann auch zumuten, aber der auch nicht. Och, dann Miu halt. Oder... Hier ist die Krypto-Force-Venus. Ja, genau. Gut, dass wir das nicht leibgesendet haben. Und dann ist dabei ganz seltsam. Tralala. Oh nein. Venus ist besiegt. Hilfe, rechts, wie weg. Oh nein. Die Schande. Siegt ewig von einem Jügelchen wie dir? Na, warte. Diese Niederlage werde ich dir irgendwann garantiert heimzahlen. In bar. Ui, was glänzt da so ganz unauffällig. Könnte es ein Kult per Aktie sein? Ein Kult per... Oberkörper. Was? Was? Hast du dich hier mit Öl eingeschmiert, oder wie? Erstens, wieso wieder? Und zweitens, vorher weißt du das. Weil er glänzt. Lassen wir das. Okay. A bis B. Nee, nur die Anfangsbuchstaben. Abschlussbericht. Zum Phänomen der Kryptoerlösung haben wir eine interessante Beobachtung machen können. Es gibt verschiedene Methoden zur Kryptoerlösung von Krypto-Pokémon, deren Erfolg vom ursprünglichen Charakter des Pokémon abhängt. Der Leerdamer-Charakter. Ebenfalls haben wir in der Geschichte, dass die Pokémon sich im Laufe des Prozesses an ihre ursprünglichen Fähigkeiten und ihr ehemaliges Wesen erinnern. Ferner steigt der Level der Pokémon, wenn sie zum Zeitpunkt der inwilden Kryptoerlösung genug E-Punkte gesammelt haben. Ist das so wie eine Payback-Card? Ja. E-Punkte, die man so kriegt, wenn man da die Rabattmarken sammelt. Genau, Erfahrung gibt's ja hier nicht. Eine geschickte Anwendung dieser Erkenntnis scheint zur Schaffung noch stärker akkrete Pokémon nutzbar zu sein. Auf das überhaupt, der Akkrete Pro-Modellabors. Okay, da. So, große Hallespiel, was ist Team 45? Sonntag. Ich konnte die TMS malen, aber mittlerweile gar nicht mehr. Anziehung. Gut, hätte logisch sein können. So, ist hier nochmal irgendwas? Nee, hier hab ich ja weiter vergrast. Weg, weg. Nee, warum kann ich nicht übers Kabel laufen? Egal. Set up. Nein. Schöne, kaputte Bilder. Ich hab's das Gefühl, hier will mich gleich wieder angreifen. Ich geb dir einen Tipp. Ja? Folg ihr nicht mit dem Zustand seiner Pokémon jetzt gerade. Okay. Geh durch die andere Tür. Diese hier? Ja. Rede mit der Tür. Bitte was? Die Tür ist von dieser Seite abgeschlossen. Du musst öffnen. Ich... Wieso mit der Tür reden? Das macht keinen Sinn. Wärst du schon im Keller gewesen von der anderen Seite, das ist nämlich hier, glaube ich, Kolosseum Erdgeschoss. Oder so. Hättest du gewusst, dass die Tür von dieser Seite abgeschlossen ist. Okay. Will der Kerl kämpfen? Nö. Ei. Ei. Dann bekomme ich den jetzt mal Kryptobogen von Madame Venus. 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 Das klingt nach Kolosseum, ja. Äh, äh, äh. Ich will mich selbst bedienen. Warte halt nicht. Hey, weißt du was? Ich werde für einen Job bezahlt, den ich gar nicht machen muss. Ich glaube, ich will speichern. Äh, das glaube ich auch. Ist das die Frage, lässt du dein Team so, oder? Schmeißt du es wieder um? Lass ich so. Okay. Ist nicht schön, dass wir fast 30 Stunden gespielt haben und nicht mal zur Hälfte durch sind. Das ist ein kassisches 40 Stunden Spiel, wie es sein dürfte. Ich will noch nicht im Kolosseum kämpfen, ich will erst mal Venus plätten. Soweit ich weiß, kannst du noch gar nicht im Kolosseum kämpfen. Ja, siehst du, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Venus, ich will auf deinen Fersen. Ich weiß, dass es der falsche Ausgang war. Ist mir egal. Das ist so gesehen sogar der richtige Ausgang. Aha. Das Wasser sieht lecker aus. Das Wasser highlights. Verdabe.